weniger text dafür spannender ich hoffe das passt so viel weißer stein ich kann mich kaum halten müssen aber irgendwann zurück ja auch völlig jetzt den faden verloren also ich weiß gar nicht mehr was ich erzählen wollte genau auf das ziel ich ab beim kies abbauen ja was wollte ich noch erzählen sonst ja also nachdem ich so einige sachen erwähnt hatte hat sie von mir abgelassen und ich brauche jetzt tatsächlich diesbezüglich nichts mehr erfüllen außer die heuraufen da habe ich jetzt schon auf facebook gefragt wer mir da helfen kann aber bisher war noch nicht wirklich was hilfreich ist dabei das hört sich sehr nah an ja und wollte ich gerade sagen es ist dann schlechter zu einem anderen wieder angelockt ja toll drei Da sollten sie ja theoretisch nicht hinkommen. Ich habe meinen Rettungsring hier. Wo waren wir stehen geblieben? Die lassen mich jetzt in Ruhe. Die Händeln muss ich halt noch machen. Ich brauche für die Händeln einen neuen Stall, der geht wirklich nicht. Das heißt, mit denen habe ich auf jeden Fall einen Krieg. Also jetzt mit denen von Händelstall.at, weil das ist eine bodenlose Frechheit. Aber wir haben ja zum Glück bald Haustiermesse und die werden ja dort sein. Das wird sehr laut, aber das mache ich zum Schluss, weil die schmeißen mich dann wahrscheinlich raus. Ich hoffe, ich kriege kein lebenslanges Haustiermesseverbot dann. Also vielleicht mache ich es nicht zu laut, weil das wäre sehr blöd. Das schaut gut aus, da ist noch eins. Ah, das könnte was sein. Oh, hat sich erledigt. Wir werden aufbrechen. Ich weiß, da hinten stehen noch welche, aber ich muss ja nicht alles mitnehmen. Aua. Weiß ich wenigstens, dass ich schon da war und alles abgeerntet habe. Oh. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Nein. Nein. Ja, ja. Jetzt darf nur kein Skelett kommen. Oh, das ist so wahnsinnig. Scheiße. Ich bin froh, dass ich diesen Knitsch jetzt gefunden habe. So kann man auch Erfahrungsgruppen sammeln. Wahnsinn, bisschen magisch. Ich hoffe, ich bin jetzt schon wieder zurück. Äh, fehl auf Dings hast du. So. Das ist schlecht. Ich werde jetzt einfach gehen. Scheiße. Oh, das ist Tag. Oh, 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 ja, scheiße. So, tschüss. Ich gehe jetzt. Ich muss nur wieder zurückfinden. Ich glaube, in die Richtung geht es nach Hause. Ja, sonst leck mich jetzt. Das mag ich nicht mehr. Ich brauche aber was zu essen. So, was haben wir noch? Da haben wir noch welche. Das reicht vollkommen. Ah, nee, wir müssen nicht alles machen. Wir haben genug. Wow, das füllt aber viel auf. Das finde ich gut. So, das reicht. Lachs, Lachs klingt sehr gut. Anna ist noch da. So, da haben wir einen liegen lassen. Schnell hin. So, da ist keiner. Ja, bei den, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den Händeln muss ich einen Hühnerstall neu bauen, aber dieses Mal wahrscheinlich selbst. Bis zum 13. Und ich habe ein Ei und den Auslauf vergrößern. Für die Anzahl meiner Händeln geht es sich nicht aus, weil ein Händel, egal wie groß, auch wenn es ein Zwerghuhn ist oder sonst was, brauchen acht Quadratmeter Auslauf. Und, bin ich hier richtig? Ich höre Kühe, die sind aber bei uns in der Gegend nicht. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich in eine falsche Richtung laufe. Aua. Manchmal ist der schneller, keine Ahnung wieso. Bin gespannt, ob ich richtig bin. Ich glaube es nicht. Scheiße, jetzt hat er mich verlaufen. Da hinten sind aber Tannen. Ah, kann es sein, dass ich weiß, wo ich bin? Ja, richtig, super. Perfekt. Schöner geht es ja kaum. Beschreck mich nicht. Du dreckigen Pepita-Papagei. So, ähm. Packlicher. Das da. Das da. Das da. Das da. Kohle haben wir da eh gar keine. Das da, das da, das da, das da, das da, das da. Nein, das ist immer falsch. Das da. Das da. Das da. Weiße Stein nehmen wir so suggerig mit. Den können wir gleich gebrauchen. Dann machen wir noch Knochenmehl. Das wir mal gleich anschmelzen. Und dann machen wir das da. So. Also das zahlt sich nicht aus. Damit müssen wir Schweine füttern. Ähm. Ha, ha, ha. Hake. Eigentlich müsste das am Wasser gebaut werden. Habe ich jetzt schon einen Eimer? Nein, nein, nicht. Bin gespannt, ob es so auch funktioniert. Glaub ich da nicht mehr so viel zum Durchgehen an. Also. Tada. Achso, nee, warte, das ist schlecht. Was? Die gehen dann weg? Die verliert man dann? Scheiße, das ist neu. Okay. Ähm. Okay. Weil ich habe die Angst, wenn die dann da, also wenn sie da pflanzen und die wachsen dann auf die Seite raus, dann machen sie alles kaputt. Und das schwollen wir ja nicht. Da würden sich noch viel ausgehen, aber da können wir ja Melonen dann nehmen. Äh, geht zu. So. Wir haben hier Knochenmüll. Mal schauen, ob das funktioniert. Aha, die ist schon fertig jetzt. Gut. Schups. So, die Hacke können wir wegkennen. Ah, getrockneter Sutan. Jetzt kann ich es erst wieder nicht probieren zu essen, weil... So, ich brauche Eisen. Eigentlich nur drei. Nein, das wollte ich nicht. So, ich bin schlafen. Und was ist das drin? Hm, da kommt die Sonne beim Fenster rein. Hui. Ich sehe nichts mehr. Äh, das ist jetzt ganz schlecht. Jetzt habe ich nur einen Apfelsaft ohne Mineralwasser. Also, nein, den Zombie. Jetzt werden wir das mal bauen. Da hinten. Da ist ein Creeper. Weiter bauen. Ich hätte Glas mitnehmen sollen, nicht ab. Du hast hier gar nichts zu suchen. Um Gottes willen. Ja, ja. Ja. Gut, dass ich da einen Eingang habe. Jetzt wollte ich was trinken, aber puhen Apfelsaft. Ich habe nichts mehr zu essen. Hier rennen wir mit dem Knochen. So, nein. Jetzt muss man uns dann überlegen, welche Viecher wir da rein tun. Die sind einfach nur zurzieher, also die sind nicht zum Essen. Also wenn ich Kaninchen reinpacke, dann müsste es irgendwelche Hübschen sein. Machen wir das überdacht oder nicht überdacht? Oh, da hinten wird auch Fenster rein gehört. Nein! Agents of shield! Immer! Immer! Ah, das ist blöd, eine 3er Tür gibt es nicht mehr. Oh, das geht auch nicht, das ist doof. Dann haben wir da ein 1er Guckfenster Guckuck. So, hier werden wir aber einen Zwischenstopp machen. Aua! Sonst wird es zu viel, es ist aber nicht die Mitte, gell? Das wird mich sehr stören. Das muss ich irgendwie hinkriegen, dass das mittig ist. Aua! Das hat sich somit eh schon erledigt. Wie viel sind es da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt 3 und dann müsst ihr das zumachen, dann wird es passen, dann wäre es wieder gerade. Damit könnte ich mich sogar glaube ich anfreunden. Auch was zum Essen. Ich hoffe der Lachs ist schon fertig. Also im echten Leben bräuchte ich auch was zu essen, aber das muss ich mir selber machen. Kann ich nichts bestellen. Ich habe zu viel Huhn im Kühlschrank. Ich habe jetzt schon was eingefroren. Sag ich doch. Es wächst immer auf die Seite wo es nicht hin kann. So. Fisch. Wir werden uns jetzt um den Boden kümmern. Wir haben ein bisschen Nachmittag. Okay, wir haben gut. н lernen. Wir haben ja alles. Okay. In ein paar Hühner ist. In ein paar Hühner ist. Wir haben ja alles. Dezieben. Vielen Dank.